Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play mit dem Herrn Weger! Hi! So! Er spielt mit Hadaspil und er spielt mit dem Polen! Levertime! Levertime! Jungs und Mädels, es muss verdreißen jetzt. Leute, ich glaube an euch jetzt... Ich glaube perfekt an euch. Ich glaube perfekt an euch. Was soll die Scheiße jetzt? Ich wollte die Tür laufen von dir. Aber die funktioniert leider bei dir nicht, oder? Nope. Der Steilpass war ein Dreck. Du wolltest draufpassen. Schieß doch nicht schon wieder. Ich hasse diese Kacke. Ich sag's immer wieder. R1 oder so ist viel besser das Abnehmen wert. Hä? Hab ich auch gewundert. Aha. Okay, das war mein Fehler. Du hast zwei Stürmer vorne. Aua! Du musst das reißen. Total. Sieht man. Sieht man eh? Die sind so viele vorne. Ah klar. Er macht's. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab nur Kreis gedrückt. Mehr nicht. Kann ich doch nix für, wenn der Typ das macht. Mach doch den. Alter! Ha! Wie ist das? Ja, war abgefälscht. Ich weiß. Wird. Was ist denn jetzt für eine Scheiße vor? Hä? Hä? Ich hab doch schon ge... Hä? Alles klar. Alles klar. Ich hab schon davor gedrückt gehabt mit nem Kreis. Aber da hat er nicht geschossen. Deswegen hab ich mich gewundert. What the fuck? Alles klar. Das wundert mich auch gehört. Alles klar. Hä? Geh doch hin zum Ball! Alles klar. Fuck. Gegen den Torwart. Ja, ja. Da muss schon was besseres kommen. Ich versuch's. Ich wollte... Ich wollte... Was hat das für ein Trick? I don't know. Ich brauch nicht immer so viel passen, Alter. Ich darf nicht so viel passen. Vergiss es. Wer hat den abgefälscht, Alter? Ich hoffe, deiner. Schade. Ja. Kompi, irgendjemand machen, danke. Machst du nur normale Pässe oder steil besser? Einmal so. Einmal so. Das ist ganz verschieden. Das war knapp. Ich mach nur steil besser. Ja, wenn ich steil besser mache, dann passiert genau dies. Die Scheiße. Genau das passiert dann. Ich dachte, du spielst nicht mehr zu deinem Dauer zurück, weil du einen Fehler gemacht hast. Ja, das war ein Fehler, aber den mach ich ja nicht mehr. Wieso schießt der nicht, Scheiß? Okay, der bleibt glaub ich dir. Der war sowieso abgefälscht. Ich hab's gesehen, dämert. Trotzdem. Da ist einer gestanden. Mach mich nicht schwach. Da war er abgefälscht von dir. Und ich hätte gedacht, ich hätte gelacht, wenn das ein Eindau wäre. Kannst du mal aufhören? Wieso? Mit was? Mit deinen... Weiß ich nicht. Keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Ja, spielst du. Hast du es auch zu tun? Ja, ich weiß es. Bei mir ist alles dicht hinten. Okay. Das war so klar. Gott sei Dank. Abgefälscht? Nein. Du... Ey, wenn er nach Bux die Hunde geht, ist er abgefälscht angeblich. Hätte es sein können, dass einer vor... Nein. Der steht. Er hoffen. Hast du dich gewundert, wieso ich keine Flanken mache? Ja. Ich dachte mir, die Flanken geht sowieso wie der Marsch. Daneben. Was der Herr? Alter. Hä, den hätte er nicht abpfeifen müssen. Wie viele Torschuss willst du noch haben, ey? Habe ich schon genug. Ja, ich weiß. Verdammt. Hä, meine sind aber nicht so gut gewesen. Ich kann mich nicht mal durch, das ist das Problem. Bei mir? Nein. Bei meinem Haus. Du kommst durch, schau. Ja, jetzt. Finally. Aua. Gar nichts. Ich weiß, das ist das Problem. Hä, du wolltest einen Elfmeter wieder rausschummeln? Eigentlich nicht. Ich wollte einfach mal durch und dann... Hä? Er schubst dich weg. Es war gar nichts. Es war gar nichts. Es war gar nichts. Ja. Ey. Es war gar nichts. Es war gar nichts. was er schießt. Ich habe ihn weggezogen. Scheiße doch auf den Typen. Ball ihn doch einfach an dem Menachel oder. Keine Ahnung. Das war so klar. Wieso war das klar? Vergiss es. Ich wollte dich reinlaufen. Hast du gesehen? Ich weiß. Junge, geh doch zum Ball! Was? Ja, jetzt... Ja! Ja! Das ist dummisch wie soll's schon. Ich muss sagen, es war kein schlechtes. Mhm. Ich darf nicht, wie soll's schon. Ich dachte mir, hey, die Flanke geht eh ins Nirvana. Ich dachte mit der driften hundertprozentig irgendwie scheiße. Ich dachte mit der driften scheiße, dass er irgendwie aufpäppelt am Boden. Aber... Was sagst du? Ich sag, ich brauch ne andere Idee. Du musst doch mal bei diesem Kopfzahlscheiß gewinnen. Hm. Ich hab doch gesagt, so einfach gewinnen gegen mich wird's nicht. Na endlich mal! Bringt dir ja viel, oder? Dass du nicht mehr durchkommst. Der Klammer kann. Hä? Wieso liegt der am Boden? Anstatt dass er schießt. Anstatt dass der Vollhang schießt. Anstatt dass der Vollhang schießt. Du glaubst wohl mein Dauert ist so blöd wie deiner. Danke. Das ist ein Scherz. Danke. Ich bin so froh, dass ich mich nie wieder aufregen muss bei so welchen Spielen. Ja, da bin ich. Super. Hä, du legst dich hier nicht auf? Ne. So klar wie die Siege sind! Und so wie du zusammen spielst! Ach so klar. Ja, ich hab auch viel gedrückt, weißt du? Sicher. Hab ich auch. Ich hab auf jeden Fall gegrätscht. Hat man gesehen. Du hast ja nicht gegrätscht, aber du kannst auch mit Kugel fallen. Ich weiß. Ja, das ist ja das lächerliche. Ich benutze so wenig Grätschen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich will irgendwie keine rote mal kassieren. Da kommst du nicht weiter. Ich will irgendwie keine rote mal kassieren, deswegen benutze ich so wenig die Grätschen. Alter! Mir reichen die roten, was ich bis jetzt kassiert habe. Das sind eh über... Das sind sicher 20. Verpiss dich. Ja, hätte er klappen können. Verpiss du dich auch bitte. Wieso passt der nicht? Ja, passt er zu rüber. Ja? Und dann... War klar. Ich hab's verstanden, Spiel, dass du mich hast. Okay. Ich dachte mir, du bastelt sicher zu wem rüber. Aber bei dir wird es drei. Das ist so lächerlich. Was lächerlich. Wenn du nicht schießen kannst, kann ich ja nichts dafür. Heilige Scheiße. Danke, Spiel. Wieso lauft der jetzt hin? Meine Güte, es sind nur ein paar Niederlagen. Kannst du alle noch gewinnen? Es gibt noch so viele... Nein, ist okay. Ich reg' mich ja gar nicht auf. Ich reg' mich ja nicht auf. Ich sag' nur, wie es ist. Dass das Spiel mich hasst. Oder du kannst einfach nicht spielen. Ne, das Spiel... Doch, du bist schon wahrscheinlich... Bist du eingespielt jetzt, hundertprozentig? Ja. Ja. Ja, das war ja auch mal Zeit, dass du eingespielt bist. Haha. Hey, beim vorigen Mal, wie du da gespielt hast... Ich spiel' auch nicht durchgehend. Es hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Ich spiel' auch nicht durchgehend FIFA so wie du. Alter, guck. Ja, ich weiß, ich weiß, FIFA. Ich hab's verstanden. Schiri, wenn du noch einmal im Weg stehst, fick' ich deine Mutter. Aber die Siegel sind nicht so eindeutig irgendwie. Ja, ich spiel' auch nicht. Ah, jejejejejejaja. Okay, nächste Niederlage. Pass. Zupi. Gut. Wir hören uns dann bei der nächsten Niederlage. Ciao. Ciao.